Wo warst du, Glubine? Ich musste etwas erledigen, aber jetzt bin ich ja da. Dann kommen wir an das Fernsehen. Wer kommt mit auf die Bahn? Ich! Ich auch! Die sind fast auf jede Bahn gegangen, Herr Eggel. Interessiert es uns nicht, was dann passiert ist? Mal, mal, brennend. Also, als es dunkel wurde und es fast schon fertig war, sind sie zu Hause. Glubine ist gerade auf ihrem Velo gehockt und ist mit Mathilda und Rudi zu ihrem Baumhaus losgeradelt. Wunderbar, dann ist ja doch noch alles gut rausgekommen. Können Sie danken, Herr Egger? Sie hat mal die Kiste mit dem Geld gesehen und an einem Baum ist sie gestanden. Dort hätte ich sie ja nicht hingestellt. Dann könnte sie ja gestohlen werden. Eben, und das hat er auch wollen. Wer? Der Dieb! Aha!